Willkommen zum neuen Video. Ich sitze gerade in der Gondel in Nauders am Reschensee. Wenn ich jetzt hier das Video aufnehme, ist ungefähr zwei Monate hier das Enduro-Rennen, wo ich mitfahre. Und jetzt bin ich heute hier mal hergekommen, um mich die Trails ein bisschen anzuschauen, ein bisschen zu trainieren. Gerade auch längere Abfahrten. Beim Rennen geht es ganz schön zur Sache. Es ist drei Tage Rennen, 2500 Höhenmeter und ungefähr 60 Minuten Trailzeit. Also wirklich knackig. Da komme ich in Ravensburg mit den 30 Sekunden Abfahrten nicht ganz hin. Deshalb heute hier mit meinem TAI alles mal auschecken. Ihr seid natürlich dabei. Vom Rennen mache ich natürlich auch ein Video. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann jetzt kurz den Kanal kostenlos abonnieren und mich so unterstützen. Und ja, dann nehme ich euch jetzt einfach ein bisschen mit. Zeige, was es hier so gibt. Ein, zwei Abfahrten habe ich schon gemacht. Geht schon ordentlich zur Sache hier. Also bestimmt ziemlich geil heute. Ein, zwei Abfahrten habe ich auch noch hier. Abfahrten habe ich jetzt schon Hopefully. Nächste Stage vom Rennen, schauen wir uns mal, dass wir ein bisschen länger am Stück fahren. Also anscheinend geht er 10 Minuten lang, das wird es vielleicht mal aushalten in 5 Minuten. Guckst du raus und nochmal 5 Minuten. Einfach um so ein bisschen das Gefühl fürs Rennen zu bekommen. Wichtig ist jetzt nicht zu überpacen, ich kenne den Trailer nicht, aber es wird beim Rennen genauso Zeit. Ich konnte hier 1-2 mal lang fahren, das merke ich mir keinen 10 Minuten Chill. Das heißt, wir suchen gut aufs Sicht zu fahren. Hier ist alles so boffend und loose. Jetzt bin ich auf dem Bunker Trail. Schein soll da auch ein bisschen waffer sein. Und ein Jahr. Und ein Jahr. Oder? 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 Was ist das? Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt habe ich den Stein gesehen Jetzt habe ich den Stein gesehen Das war's. Das ist ein Schädel, das ist ein Schädel.